Hai Moin miedeits moin jungs Ja, die letzten Tage waren verrückt hier auf YouTube, nicht wahr? Ja, wenn ich mich mal so umsehe, haben sich einige Leute wohl für meine Bussimulator-Videos interessiert. Das Ganze ist wohl jetzt gerade so ein kleiner Trend auf TikTok, da werden meine ganzen Clips benutzt. Da könnt ihr mich auch mal markieren. Bin ich early. Ja, und dann dachte ich mir, wenn ihr gerade eh mehr wollt, na dann geben wir euch mehr, ne? Ich weiß nicht, ob sich hier irgendjemand auch für die Story interessiert, aber es gibt eine. Wir haben letztens nämlich die neue Kacki gemacht, aber wir haben gar keine Kacki gemacht. So, das Problem ist jetzt, wir brauchen einen Erdgas-Bus. Ich glaube, wir können uns immer noch keinen leisten, ne? Wir können uns immer noch keinen Erdbus-Bus leisten. Erd, Erdbus, Erdnuss. Wir müssen Level 9 sein für einen Erdgas-Bus. Wir sind 7. Kann ich mir nicht Level 9 ercheaten? Gibt es keine Cheats für das Game? Als ob ich jetzt hier noch 10 Mal Bussimulator zocke. Bussimulator 2018 Cheats. Geld? Erfahrung! Äh, das ist halt ein... Nee, das machen wir nicht. Jetzt, Mann. Ey, Leute. Nee. Cheats sind scheiße. Stop cheating, alle. Wirklich, ist scheiße. Im Computerspiel machen wir das nicht. Aber dann muss ich die... Ich fahre die jetzt erstmal wieder einfach so. Haben wir ja scheinbar Zeit, weil wir müssen noch Level 8 und 9 werden. Alter, das dauert ja ewig. Wie lange soll man dieses Spiel spiel, bis man es durch hat? Ey, Digga. Ich kann nicht glauben, dass ich dieses Spiel immer noch spiele. Jetzt... Oh, hallo. Ignition. So, wir müssen rechts. Wir sehen es auf Navi. Irgendwie... So ein Kabel zwischen den Füßen. Ah. So, ich glaube, ich habe gerade fast jemanden getötet. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare... Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was ihr an diesem Format so feiert. Wahrscheinlich, dass ich Leute beleidige, oder nicht? Ihr seht mich gerne leiden. Seid doch mal ehrlich. Und rein. Das ist meine City, meine Straße. Oh, nein. Jetzt bin ich da wieder übergegengefahren. Die Laterne ist mehr wert als mein Leben. Moin. So, habe ich verarscht. So. Mach erst mal ein Päuschen. Achso, die Fahrgäste. Ich liebe die Sonne. Eine Fahrkarte, bitte. Ich liebe die Sonne. Das geht so nicht weiter. Wenn ihr in meinem Bus mitfahren wollt, dann abonniert ihr Gefährdigs und macht die Glocke an. Haben wir uns da verstanden. Wo habe ich denn... Ah, hier bitte. Guck mal, der kauft eine Fahrkarte. Und dann zeigt er es mir trotzdem noch gerne. Verstehst du? Nicht wie die anderen... Das haben wir eben so geteilt. So, ich fahre jetzt weiter, Leute. Jetzt fahre ich auf einmal wieder mit verriegelten Türen. Ich kotze mich selber an. So eine Scheiße nochmal, Digga. Ja, ich habe es wieder vergessen. Aber wen juckt das? Wieso fällt das dem Bus erst auf, wenn ich schon losgefahren bin und schon Leute eingeladen habe? Gibt es keine Abteilbeleuchtung? Nö, ich dachte, ich mache es wie bei dir zu Hause unter der Brücke. Was ist das denn? Hallo? Was ist das denn? Was ist das denn? Spinnt der oder was? Piss dich! Hab gerade eine Nachricht bekommen. Was ist Beethovens Lieblingsfrucht? Ananas! Wie hoffe ich, die ist das doch herrn! Also, ich will den gar nicht mehr hören. Ohnrein! Ist die Abteilbeleuchtung aus? Ja! So, jetzt halt's den Maul, bitte. Jetzt hat er gedrückt. Wir fahren jetzt mal ein bisschen schneller. Sehr süß! Oh, mit 69 kmh! Ich hätte ja nie gedacht, dass Hans sowas tun würde. Hä? Wer ist Hans, Digga? Nächster Halt. Pissgrund. Pissgrund? Absolut pünktlich. Danke sehr. Absolut. Eine Fahrkarte, bitte. Gerne doch, ne? Wenn man so lieb fragt. Hier, friss den Zettel. Oh nein! Ich hab sie vergessen. Jetzt hörst du mir mal zu. Wo ist deine Hand? Und zweitens... Also, nee, dazu fällt mir gar nichts mehr ein. Hier ist die Fahrkarte. Oh! Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mouncy. Noch ein Wort! So, wir sind wieder eine Minute zu spät. Aber da haben sie auch selber schon. Du hältst an. Du hältst an! Du hältst an! Ich hab Vorfahrt! Hinterhalt Flusspromenade. So. Oh, das hat sie gemeint. Was hat sie gemeint? Was sie gemeint hat! So, ist rot, ne? Silenzio. Und... Yes! Oh, hi! Ja, stimmt. Letztes Mal war... Ähm... Ja, genau, damals. Das war als... Ja, echt schön, dich zu sehen. Ja, ich wünsch dir was. Die hatten bestimmt mal gefummelt. Und jetzt übelst unangenehm, weil die hier im alten Sägewerk richtig gerangelt haben. Weißt du, wie ich mein? So... Tja, jetzt treffen die sich so im Bus wieder. Äh, im Bus wieder. Im Bus waren sie vielleicht auch. Jetzt hier bei Kuschinski im Bus große Wiedertreffen. Vielleicht sollte ich hier mal so eine Herzblatt-Geschichte draus machen, weißt du, ich mein? Alter, der gehört mir, der Bus. Seh ich doch. Jawoll! Moin, Katrin! Moin! Eine Fahrkarte, bitte. Was haben die denn alle hier passend heute? Was ist denn da los? Ist das heute ein besonderer Tag? Danke. Hey. Was machen Sie so? Tja, ähm... Ich war mal Banker, aber das hat sich nicht mehr ausgezahlt. Sag mal. Sag mal. Sag mal. Sag mal. So. Nee. Äh! Du fährst mir rein, du Idiot! So. Tür auf. So, mein Freund. Was war das denn? Hast du die Pfanne heiß oder was? Alter, wenn du hier überholen willst, ist das nicht mein Problem. Aber wenn ich dann weiter Gas gebe und ich mich überholen lasse, dann ist das dein Problem. Du kannst wieder einfach in die Seite reinfahren. Und ich werde dafür auch noch bestraft, so Blödsinn. So, wir sehen uns schon wieder drei Minuten zu spät. Das muss doch mal sein. Wenn man immer pünktlich kommt, verlassen sich am Ende des Tages die Leute auf einen. Und das Gefühl wollen wir gar nicht erst erzeugen als Busfahrer. So, raus die Maus. Ja, ich mach übrigens immer nur vorne auf. Wir sehen, welcher kommt und geht. Oh, da sitzt ein Marienkäfer auf meinem Knie. Ja, und jetzt? Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Maunzi. Und weiter geht's. Da war ein Blitzer. Ei, 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 ei. Da war man ein bisschen too fast, too furious. Na komm. Na komm. Na komm! Na komm! So. Stopp. 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 Wenn der Kuchen vorbeifährt, halten die Krümel ihren Sabbel. Parken in Perfektion. Jäger. Hat das Huhn da gerade die Straße überquert? Bis dann. Weißt du, Leute, ich kann das nicht mehr. Will der jetzt mitfahren oder nicht? Oh, Rampe raus? Tür auf. Ja, ja. Klar nehmen wir dich mit. Die Leute müssen mit. Hast du die letzte Folge... Nein, nicht spoilern. Will der nicht? Oh, verdammt. Ich hab vergessen, die Haustür abzuschließen. Jo, wo wohnst du denn? Ich guck mir das gerne mal an. Hab ich Ihnen schon gezeigt. Halt's Maul. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mountie. Ihr wisst nicht, wie schlimm das für mich ist. Ey, ich krieg jeden Tag. Jeden Tag. Auf Instagram. Kalle-Kuschinski. Bilder von Katzen. Every day. Ich krieg 100 Bilder von irgendwelchen fremden, hässlichen Katzen. Ich bin Allergiker. Nächster Halt. Sieg Walden. Endstation. Bitte alle aussteigen. Was soll ich denn jetzt zu essen holen? Fast Food? Junk Food? Ich glaube, ich probier mal Street Food. Jo, wie wär's mit gegrillten Katzen? Schopzui, alle. Bitte alle aussteigen. Pisst euch jetzt endlich aus meinem Bus. Bis dann. Sind alle raus? Boah, scheiße. Das hat sie gemeint. Warte mal. Das hat sie gemeint. Wer ist denn hier noch drin? Ich hab vergessen, den Rollstuhlfahrer rauszulassen. Das ist jetzt unangenehm. Du kannst ja gar nicht laufen. Stell dir mal vor, du bist ja an der Allentstation. Und der Scheiß-Busfahrer vergisst dich einfach. Oh, scheiße, Digga. Wir lassen dich jetzt hier raus. Er steigt hier einfach aus. Und jetzt steht er da. Und er ist krank. Willst du nicht wegfahren? Das ist hier echt ein gefährliches Pflaster. Und du bist nicht motorisiert. Das tut mir so leid. Naja, Ende. Naja. Es dauert halt noch 100 Jahre, bis wir weiterkommen. Ausgezeichnete Arbeit. Ich freue mich, euch die Schlüssel zur landwirtschaftlichen Fläche und zum Gewerbegebiet überreichen zu dürfen. Wir sind gespannt auf eure Pläne, um die beiden verkehrsdichten Gebiete in euer Netzwerk einzugliedern. Wenn du das hinbekommst, wird die Stadt die südlichen Bezirke und Steineck wieder für den öffentlichen Nahverkehr öffnen. Freunde von mir wollen in der dortigen Kirche heiraten. Vielleicht bringen wir die Sache rechtzeitig ins Rollen, damit die Hochzeitsgäste die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen können. Was interessiert mich die Hochzeit von deiner Kackbratze? Ich freue mich die Hochzeit. 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 Ich freue mich die Hochzeit.